Willkommen zur zweiten Einheit des Kurses gratis online lernen. In dieser Einheit dreht es sich um das Selberlernen. Was bedeutet das eigentlich? Natürlich lernt ja jeder immer selber. Niemand kann einen anderen oder etwas anderes für sich lernen lassen. Wenn man das Selberlernen betont, möchte man damit ausdrücken, dass auch die Gestaltung des Lernens, also der Lernprozess, in der Hand des Lernenden liegt. In der Schule steuern Lehrerinnen oder Lehrer zumeist das Lernen der Schülerinnen oder Schüler. Sie geben die Lernziele vor, entwickeln Aufgaben, stellen Lernmaterialien zur Verfügung, sagen, wann etwas gelernt werden soll, kontrollieren, ob alles gelernt wurde und geben dafür dann auch noch Noten. Also sie kümmern sich um die gesamte Organisation und stellen den Lernerfolg sicher. Beim Selberlernen machen sie das nun alleine. Pädagogen nennen das auch selbstorganisiertes oder selbstgesteuertes Lernen. Für die meisten von uns klingt es ganz toll, endlich ohne Lehrende lernen zu dürfen. Aber die Erfahrung zeigt, dass es durchaus schwer ist, erfolgreich beim Selberlernen zu sein. Es ist nicht einfach, am Ball zu bleiben. Es ist zentral, die Lust am Lernen zu erhalten und nicht aufzugeben. Solche Gründe, warum man etwas lernt, werden auch Motive genannt. Ein Motiv, eine Sprache zu lernen, kann zum Beispiel sein, beim nächsten Urlaub in der Landessprache ein Essen zu bestellen. Ein Motiv kochen zu lernen kann sein, Geld zu sparen oder etwas leckeres essen zu können. Andere möchten etwas lernen, weil sie sich damit mehr Erfolg in der Arbeit erwarten. Die Summe aller Motive werden von Psychologen Motivation genannt. Das beste Motiv sorgt leider nicht von allein dafür, dass wir gut lernen. Dazu gehört auch der Wille, etwas dafür tun zu wollen und die Fähigkeit, das eigene Lernen zu planen. Auch die richtige Einstellung gehört dazu. Jemand, der davon überzeugt ist, etwas selber lernen zu können, also ich schaff das sagt, wird sich sicherlich leichter tun als jemand, der von Selbstzweifeln geplagt wird. Selberlernen fällt vielen anfangs vielleicht schwer, aber das Selberlernen kann man auch lernen. Im Begleithift haben wir dazu ein paar erste Übungen für Sie. Und der ganze Kurs soll Sie ja dabei unterstützen, selber Lernen zu lernen. Ein weiteres Problem, allerdings ist das auch eine Herausforderung beim angeleiteten Lernen, ist die Anwendung des Gelernten. Vielleicht haben Sie so etwas schon einmal selbst erlebt oder beobachtet. Es kommt gar nicht selten vor, dass jemand theoretisch genau weiß, wie etwas geht, sein Wissen aber nicht umsetzen kann. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind in der Schule ganz toll 10 und 10 zusammenzählen kann. Aber beim Bäcker weiß es nicht, wie viel Cent es zahlen muss, wenn es zwei Lutscher für 40 Cent kaufen will. Sicher kennen Sie ein ähnliches Beispiel. Damit Ihr neues Wissen auch angewendet werden kann, gilt es, es von Anfang an auch zu erproben. So könnten Sie die Inhalte in diesem Kurs zum Gratis-Online-Lernen sicher auch erlernen, indem Sie sich ausschließlich mit dem Lernen der Texte befassen. Nur ist das Erlernte dann mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht umsetzungsfähig. Damit es nicht zu einer Kluft zwischen Wissen und Handeln kommt, können wir Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich immer, egal was Sie lernen, überlegen sollten, wie Sie das neue Wissen im Alltag ausprobieren können. Und Sie sollten es dann auch ausprobieren. Zum erfolgreichen Lernen gehört auch das Ausprobieren und Tun. Auch wir möchten, dass Sie nicht nur theoretisch wissen, wie man diese Herausforderungen bewältigt, sondern dass es Ihnen gelingt, diesen Kurs und weitere Lernvorhaben erfolgreich abzuschließen und haben uns daher ein paar Übungen ausgedacht. Sie finden diese im Begleitmaterial. Und das war auch schon wieder das Video zur zweiten Lerneinheit des Kurses Gratis-Online-Lernen. Viel Erfolg beim Arbeiten mit dem Arbeitsmaterial. Wir freuen uns auch über Ihren Beitrag im Diskussionsforum. Bis zum nächsten Mal.